Wir starten in Total Idiots at Work Folge 8 rein und schauen mal, wie blöd sich Menschen anstellen können. Let's go! Hand aufs Herz, wer hat das hier schon mal auf dem Festival gemacht? Hand aufs Herz, wer von euch hat das schon mal auf dem Festival gemacht? Wer war das? Also wer hat, ja? Ja, hab ich mir fast gedacht, das ist, ja. Und dann tut es so, als wäre nichts mehr. Er setzt einfach nicht... I don't give a, I don't give a... Geil! Oh, das kenn ich. Ja, ja. oh why 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 ouch oh shit it must be filmed Ich glaube, das ist Holland, ne? Da geht's, mit seinen Plankies. RIP-Bier. Das ist traurig. Das war eher traurig. Nein, die stapfen die aus allen Ernstes mit ihren Füßen platt? Wirklich? Wie die Pinguine? Trappeln die da lang? Was? 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 Ich könnte. Ich könnte. Aint no mga fucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. I got enough love in myself and my psyche. Das war's für heute. 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 Oh. Ouch. Ouch. Das war's für heute. Oh. 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 mein albtraum auf jeder autobahn wenn ich sowas sehe mein albtraum auf jeder autobahn wenn ich sowas sehe wirklich da krieg krieg richtig weiß ich nicht da krieg richtig schiss das ist sogar in deutschland frankfurt lol lol super 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 klasse warum ist das kunst oder krank das weg was macht er da ja was aber die du gerade Kommt er jetzt noch auf was, oder? Ach da, lol. Ich hab grad auf das andere, ich hab grad wirklich auf das andere hier geachtet. Auf den Dude oder die, die grad da langfährt. Okay, never mind. Ja, Leute, das war's doch schon wieder. Wundervoll. Wundervoll.